Lauf, Alina, los! Hallo, Lutscher! Jawoll! Gut, nachladen, nachladen, nachladen. Was machst denn du auch? So ein Lutscher, ey. Boah, das war jetzt aber richtig gekonnt, ey. Was ist das? Das ist doch so ein Lutscher hier. Alter! Alter, 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 Alter. Der kann sich noch nicht einmal selber wehren, noch nicht einmal selber beschützen, Alter. Ey, der Typ hat aber wirklich einen Leberhaken verdient, Alter. Okay, gut. Also, wir werden die Mission jetzt hier gerade nochmal neu machen. Da ist der Oliver. Scheiße! Gut, 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 gut. Leberhaken, Leberhaken, Leberhaken. Schnell nachladen, achladen. Ey, Alter! Da kommen sie. Alter! Ah, der stirbt jetzt eh wieder. Ich weiß es, dass er stirbt. Von wo? Ah, da. Schnell nachladen, nachladen. Alter, so sch... Sehr schön. Okay, jetzt wird's aber... Jetzt läuft's ein wenig besser. Komm. Okay, einen haben wir. Fickt euch. Jetzt aber Beeilung. Ah! Aber er lebt. Er lebt noch, immerhin. Aber jetzt super geil. Daumen hoch hier für dieser Fail. Ey, wie kacke ist denn das? Boah, ich schwöre, ich komme schon ins Schwitzen. Ich schwöre, ich komme schon ins Schwitzen wieder, ey. Heftig, Alter. Aber wenigstens ist es besser gelaufen. Die dürfen Oli nicht in den Heli bringen. Lauf, Oli, na los! Ah, kacke, verkackt! Ey, ich verkacke schon richtig, ey. Ne, also... Ich glaube, ich muss das hier gerade nochmal neu machen. Kommt den jetzt auch noch... Arsch, das gibt's doch nicht. Schöner Header verpasst hier. Lauf, Leiter! Da sind sie schon, da sind sie. Okay, einen... Einer weniger. Ficken, ey. Das gibt's nicht. Von wo schießt noch? Ach, da. Ah, okay. Ah, der Wichser, ey. Da ist schon das Arschloch hier. Das gibt's nicht. Warum hat der überlebt, ey? Hammer hat... Maul, ist mir doch kackegal hier. Jawohl, okay, gut. Den Typen hab ich. Was für ein Abfuck. Jetzt aber hier, stopp. Stell rein ins Boot. Danke fürs rauszuholen. Ey, krasse Tattoos, man. Verschwinden wir von hier. Komm, jetzt aber schnell. Die kommen bestimmt schon. Boot! Wo? Wo ist denn das Boot? Ach, na super. Juhu! Jetzt geht's hier richtig zusammen. Das ist ein Auto, du Lutscher. Ja, ja, gut. Ah, da ist das Boot. Ah, halt das scheiß abgefuckte Boot doch gerade. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber jetzt... Geilo, meilo, Alter. Heilen, heilen, heilen. Gut. Ey, Alter, willst du mich... Müsst du mich verarschen oder sowas? Ah, okay, ich bin schon tot. Jetzt kommt auch... Hubschrauber. Ja, scheiß Hubschrauber. Ja, scheiß Hubschrauber. Jawoll. Hier, aber richtig brutal, Alter. Oli, wir haben's geschafft, Bro. Du hast mich gerettet. Immer wieder gern. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, scheiße. Ey, nennst du nah ans Wasser. Jetzt kommt ein Hai oder ein Krokodil, Alter. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Oli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir. Ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Und jetzt sind wir locker beim Doktor, ne? Plötzlich sind wir beim Doktor. Ganz plötzlich sind wir jetzt beim Doktor. Jetzt reißen wir so hier, ne? Plötzlich zum Doktor. Geile Meilo. Ey, diese... Oh, Alter, die Mission hat mich jetzt richtig geballert, Alter. Die hat mich geschickt, Alter. So richtig geil geschickt, ey. Ah, ist geil. Was? Ja, ich... Du bist beinahe verreckt, ey. Immer wieder gerne, Schätzchen. Oh, jetzt gehen sie ins Zelt hier. Hey, ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Oh. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller, merkwürdiger Tattoos. Ich sag' ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich... Mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt. Das ist doch was Gutes. Ja, darum haben wir hart gearbeitet. Und ich hab' dir einen Studiojob besorgt. Ich hab' Steve... Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Jetzt geht er aber so richtig ab, ey. Heftig deftig. Ja, ich dich auch, mein Schatz. Sie hat sogar wirklich ein bisschen vom Gesicht her ein wenig die Ähnlichkeit mit meiner Freundin. Kein Scheiß. Außer die Haare, den Dot da hinten. Hat sie auch manchmal, aber... Ja, ist okay, hier. Und wo sind die anderen zwei jetzt? Jetzt kann ich noch ein Scheiß-Zelt hier. Wo sind die... Ey, ich werd' jetzt mal hier kurz ein bisschen in diese Höhle... In der Höhle da gucken. Was hier so alles gibt. Hier war ich ja noch gar nicht. Da hinten. Aber ich glaub', ich bin der Mutigste von hier. Von allen. So, jetzt quatsch' ich auch mal mit ihm. Wie's ihm so geht. Danke fürs Beschützen. Geht's ja echt... Brofist. Standard, ey. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss noch ein Feuer inhalieren. Bis später. Der Typ ist geil, Alter. Der Typ ist cool. Der ist richtig cool. Und jetzt werd' ich mal hier gucken, was es so in der Kiste da gibt. So, Kiste blündern. Okay, jetzt muss ich die Höhle verlassen. Ja, obwohl, ich will eigentlich mal auch in der Höhle... Oh, ich geh' mal nach da hinten. Da sieht's so schön hell aus. Mal schauen, was es da so gibt. Ach, Gottchen. Ist das ein Leben, so ein Held zu sein, oder? Und, ha, geil einfach. Geil, geil, geil. Jetzt komm' ich hier nicht hoch. Locker. Ich komm' da locker nicht hoch, ey. War doch klar, dass ich da nicht hochkomme. Und jetzt laufe ich mal hier außenrum. Kann ich da außenrum? Ah, ja, da kann ich... Was ist das? Aha, okay. Nehme ich grad mal mit. Und kletter mal hier hoch. Tja, jawoll. Das war's. Das war's. Das war's. Wie? Echt? Och, nö. Echt? Ich komm' da einfach nicht hin. Ich kann da nicht hinkommen. Egal. Oh, jump! Uns ist natürlich nix passiert. Wir werden langsam richtig brutal. Wir sind backgrills. Es ist nix dagegen, gegen uns. Was ist denn das jetzt? Baut die noch am Boot hier weiter? Ajo. So, mal mit ihr ein bisschen quatschen. Wow, sieht toll aus. Ja, braucht noch ein bisschen Liebe, aber ist fast fertig. Danke, dass du das übernimmst. Hey, das machst du auch da draußen. Hey, darf ich dich mal was fragen? Sag mal, du hast doch dieses Jahr diese Schwimmmeisterschaft gewonnen, oder? Ja, 400 Meter. Wie hat sich das angefühlt, zu gewinnen? Nicht auf dem Treppchen, sondern im Wasser, beim Anschlag. Als ob ich voll da wäre. Als wäre ich die ganze Welt. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich töten kann. Das erste Mal war schrecklich. Doch, das zweite Mal war geil. Aber jetzt ist es, als ob ich gewinne. Bist du okay? Ja. Ja. Ach, er wird jetzt nur ein Killer oder sowas, aber... Ja, ist ja okay. Sonst ist alles okay. So, okay, jetzt werden wir mal die Höhle verlassen hier. Wo ist denn der Doc? Kann ich mir da? Okay, nee, mit der kannst du nicht. Ja, bin schon auf dem Weg, Schätzchen. So, jetzt gehen wir mal hier aus der Höhle raus. Also, das mit dem Killer, ob mit uns alles in Ordnung ist. Also, wir wären jetzt hier halt eben nur so ein abgefuckter Freak, wo wir alle Leute töten können und haben kein schlechtes Gewissen, dass sie vielleicht eine Familie haben oder eine Frau oder eine Freundin oder sonstiges. Es ist uns einfach egal. Wir schlachten sie einfach so ab. Und warum? Weil wir es können, weil wir einfach coole Typen sind. Willst du es, bist du es? Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. 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 Untertitelung des ZDF, 2020